so welcome back heiter geht es weiter die übersehene aufseherin also gold bunker stürmen und wir sind jetzt hier in dem bunker in dem bergwerk von bergwerk karlten und mit der kollegin wiesel und müssen flue finden und sind da hinten reingekommen und jetzt ist da unten runter und da ist dann das kann ich mich schwach erinnern da müssen wir die nebel kriecher nebel krähen besiegen also acht finde luden da hier ist so ein ding jetzt passiert da da sind mg geschütze das sollten wir könnten aktivieren und weil da müssen wir den kollegen da oben bauen ich bin sicher die müssen den kollegen umhauen so jetzt haben wir einen schon mal weggezwarte finden wir müssen das da die drei mgs irgendwie aktivieren glaube ich oder 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 nicht oder hätten wir das optional oder was ist hier zwar denn da machen wir mal nix weil das zeichen ist ja jetzt warte jetzt gehen wir mal gehen wir mal in die richtung muss dabei aha jetzt hat er da geht da geht es nicht runter wo sind die kollegin wir müssen jetzt da erstmal sollte wir müssen dadurch wahrscheinlich entsperren benötigt terminal genau in die lou entsperren bin und was ist da drin noch und dann geht es nicht weiter oder da geht nicht da hinten geht es auch nicht weiter wir müssen jetzt das terminal was technisch sonst noch was geschützte eier keine ahnung die schütze ich habe ein paar gedessen geschützt für mich und nicht kommen da ich müsste jetzt da da ist der terminal die fernsteuerung öffnen ups tschuldige ich hätte doch nun ja so jetzt schnell rein oder da geht es nicht durch naja kann ja ja doch kann mich halt ich denke wir müssen da jetzt durch oder ich glaube ich habe schon mal ein paar verfalle die decke runter ah ja ah du scheiße jetzt kommt wo rum die decke ah und jetzt verfalle ich ins wasser und jetzt sind wir ins wasser gefallen Todesrolle wie im Tomb Raider 3 oder im 1er gab es glaube ich auch schon oder die Todesrolle hier und wir müssen jetzt wahrscheinlich Oh ne, komm Ado, wenn ich was haße, dann sind es die Flüter hier, oh ne, oh die genügt mir mal ein bisschen, ja den müssen wir umhauen Da ist, ach komm, ah ne, da bin ich jetzt gleich wieder tot, ja hallo, ah du sollst ihn umhauen verdammt blöd Ja, wenn ich jetzt die Waffe raushol, wenn ich jetzt meinen Ausdruck heraushol, bin ich schon wieder 30 mal tot Äh, ja komm, wer nennt sich, ähm, gut So, dann weiß man wieder nie, wo man reingekommen ist Da, da müssen wir runter, oder? Da müssen wir hin Ah ne, gut, da müssen wir hin Äh, ah ne, jetzt kommt der Tüte, legendär, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt warte Warte, ich muss die andere Waffe holen, warte Die Kollegin ist ja da noch am Arbeiten, ach der ist bei dem legendär, das ist 30, oder wie, ich kotze Warte, ich muss mal ein bisschen in Sicherheit, ich muss die andere Waffe rausholen, ja Äh, äh, jetzt hatte das nicht mehr reingekommen Ach komm Ach, geh, leck mich doch Gut Entschuldige Ähm Ja, laut, na Oh, nee Entschuldige Oh ja, entschuldige 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 Ja Legendär auch noch Komm, die ist ja Ja, leck mich doch Entschuldige Hahahaha Na ja, na gut Ähm Ja Äh, 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 äh Wo ist der Drecks Wo ist der Drecksviel hin? Wo ist denn das Drecksviel hin? Wo ist denn das Drecksviel hin? Ich mach den Ich bin 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 Und Ich bin 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 Du Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin So, jetzt haben wir aber alle, oder? Jetzt kommt noch einer, oder? Was, 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 was? Da müssen wir einen nehmen, wo irgendwie. Wie komm ich denn da hin? Oh, ne. Wahrscheinlich da, ah! Da lang, oder? Ah, nee! Alter, Verwalter, was ist denn das schönes hier? Was ist denn das hübsches? Alter, das ist ja holler. Da gibt es aber nichts zum abgreifen, irgendwie, oder? Bäume, da stehen Christbäume, da stehen Tannenbäume. Na gut, jetzt dann da rauf, oder? Ja, wie sollst du da rauf gehen? Ah, jetzt kommen die anderen. Da jetzt rauf, oder? Na gut, wir nähern uns. Ja, genau, genau, das kann, ja, ja, da kann ich mich jetzt halb schwach erinnern. Da ist der Kollege. Äh, Lou, genau, das ist der... Du kannst dich anschleichen, was? Vergiss es, Trottel! Ich seh dich. Und du solltest lieber ausspucken, was du dir dabei gedacht hast. Sprich mit Lou. Gut, dann hey. Du hast hier ganz schön viel Mühe gemacht. Alles nur... Wonach sieht es aus? Mhm. Ich bin einer von diesen verstrahlten Ghulen. Sieht doch jeder Esel. Ich kann so nicht weiterleben. Nur wenn ich tot bin, sind alle sicher. Aber das ist leichter... Oh ne, jetzt kommen wir 30 Jahre. Ich hab mir diese Bezeichnung nicht ausgesucht. So werden nur Monster genannt. Einige von denen sind welche. Die sind Feld. Aber ich weiß nicht, warum das so ist. Da fragst du den Falschen. Ich weiß nur, dass die Strahlung die Leute manchmal auf diese Weise verändert. Ah, wollte ich immer schon mal wissen. Ähm... Meinst du das ernst? Ja. Die Strahlung tötet mich. Man gewöhnt sich dran. Es ist nicht alles stimmt. Ich könnte wohl ewig leben. Ähm... Ich bin nur ein paar wenigen begegnet. Das weiß keiner. Das weiß keiner. Oder... Vielleicht passiert nichts. Vielleicht. Aber hast du all die wilden Ghule gesehen? Dieses unnatürliche Dasein, das ist dein Leben. Was wäre, wenn ich mit dir zurückkomme, um dir zu helfen? Und dann im Fahrt? Und dann im Fahrt? Was wäre, wenn die anderen mich nicht erwischen? Was wäre, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre? Ich weiß nicht. Das dachte ich mir. Das dachte ich mir. Wenn ich diesen Job übernehme. Keiner außer dir. Ähm... Achso, dem muss ich beim Sterben helfen. Oder wie? Alles klar. Ich helfe dir. Ich sehe die Nerven. Ich sehe die Nerven. Ich spreche. Kein Wort zu den anderen über das, was ich hier getan habe. Und... Sie sollen nicht schlecht von mir denken. Also... Also... Worum geht es? Also um den Volt. Wir brauchen Zerstörungsgrenzen. Du willst deinen Volt aufsprengen? Klingt verrückt. Bin dabei. Geh schon mal vor nach Crater. Nach Crater. Also nach Crater. Hier haben wir jetzt nichts mehr zum abgreifen. Kann man hier noch was abgreifen? Glaub nicht, oder? Ja... Was ist da noch alles? Da war der Kollege. Da gibt es aber glaube ich nichts mehr. Ich glaube wir müssen sowieso dann nochmal zu ihm unter, oder? Jetzt muss ich bitte... Fuhrparkterminal. Alter... Kann man da jetzt Bergwerk halten, betreten? Hä? Äh... Sprich mit Meg. Von der Schippe. Sprich mit Meg. Sprich mit Meg. Ähm... Ausgang. Um. Ja, wir könnten jetzt im Lift rausfahren. Oder irgendwie... Oder wir reisen gleich... Äh... Nach... Dings, oder? Warte, kann man hier noch was... Äh... Waffel... Tesla-GW. Nee, brauchen wir nicht. Und... Ja... Gibt ja ein paar Baupläne. Hm. So. Ist hier eine Kochstation. Gibt's da einen Bauplan. Werkzeug. Nee, sprich mit Meg. Von der Schippe. Äh... Sprich mit Meg. Da ist die Kollegin noch. Nee, da ist ein anderer Kollege. Oh. Macht der das auch? Jetzt warte, warte. Kommt da ein Kollege noch rein? Hier. Der macht ja dieselbe Quest. Oder so. Es kann schon mal passieren, dass... Warte, gehen wir noch mal vor. Und dann... Gehen wir zum... Äh... Da ist... Wo ist denn jetzt... Wiesl? Weg... Weckl. Wiesl ist... Da ist Wiesl. Sprich mit Meg. Also, jetzt sprechen wir mit... Meg. Letzter Tod, ja. Höhöhöh. Ah, der rennt woanders rum. Jetzt gehen wir nach Crater. Äh... Äh... Darf man das vielleicht... Fertigkeiten gehen? Da habe ich einen Hasen fotografiert. Hallo. Ja, du musst alle Tiere fotografieren für die Kaulgraben-Quest. Hm. Kaulgraben oder Opossum-Abzeichen. Dann gibt's ewige... Ewig viele... Hm. Hm. Gut. So. Jetzt sprich mit Meg and Crater. Jetzt müssen wir mit der noch mal quatschen. Ui. Dunkel, dunkel. Das weiß ich wenigstens wo die ist. Das weiß ich wenigstens wo die ist. Teamleiter, ich bin... Ah, das ist die Brücke da. Die tolle... Äh, die... Die drücke. Hm-hm. Huge. Sprich mit Meg. Weil ich sprich mit Paige können wir nicht machen. Man kann nur mit einer äh... Fraktion hier rein. Hey 76. Je schneller du Lou überzeugst, desto schneller kommen wir in diesen Vault. Genau. Ah, wir haben ihn schon. Hey 76. Das hat ja ziemlich lange gedauert. Macht Lou denn mit? Macht Lou denn bei der Sache... Tut mir leid, er war nicht... Also muss ich... Er ist dabei. Oder? Nehmen wir mal das erste. Okay, gut. Lou ist unser Ticket in den Vault. Wie sollen wir es bitte ohne ihn schaffen? Okay. Ich hab über diese Pläne nachgedacht. Das Ding ist extrem gesichert. Wenn Lou uns reingebracht hat, werden wir auf Widerstand treffen. Mhm. Sie werden uns nicht einfach so Beute machen lassen. Also brauchen wir dicke Waffen. Ui. Die kann uns Gale besorgen. Aha. Gale ist die große Mutantin, die du vielleicht schon gesehen hast. Hat immer die kleine Rara am Schlepptau. Die Rara, ja. Seit Rara und Gale sich draußen in der Wildnis begegnet sind, sind sie unzertrennlich. Guck möglich, dass du Rara überzeugen musst, dass Gale mit uns kommen darf. Oh, jetzt genau. Viel Glück 76. Das kann drei Jahre dauern. Jetzt müssen wir die Rara finden. Oh. So. Gale wird sich wohl kaum freiwillig für den Job melden. Kümmerst du dich darum, 76? Von der Schippe. So, jetzt müssen wir die Rara finden und überzeugen. Oh ja, doch. Da kann ich mich erinnern. Oh, da kann ich mich erinnern. Da war auch ein Bug drin dann. Oh, warte. So, jetzt pass auf. Ja, sollen wir ein neues Video machen, oder? Warte. Von der Schippe. Finde du Heidenspaß. Was ist das Problem? Gut, da machen wir ein neues Video. Ist Gale bei dem Job dabei oder nicht? Neues Video. Rekrutiere Gale und Rara einen Heidenspaß. Ja, warte. Ich schalte aus und wieder ein. Dann machen wir ein neues Video. Gale. Okay. Tschüss. Bis gleich.